Hallo, hallo. Ich möchte dich mal hier aus dem strahlenden Sonnenschein meiner Fastmittagspause, also so verbringe ich meine Mittagspause, ich weiß ja nicht, was du machst. Da möchte ich dich mal fragen, etwas, was mich seit Jahren betreibt, und zwar das gestörte, in meinen Augen das bei vielen Menschen gestörte Verhältnis zwischen Geschenk und Commitment. Ich möchte ja gerne mit meiner Arbeit als Familiencoach und Trennungsmentorin Ergebnisse bei dir bewirken. Ich weiß auch, dass ich das nur in dem Moment kann, wo du genau committed bist und ich dich im richtigen handlungsfähigen Moment erwische. Die Frage ist aber, wenn ich so zurückblicke bei mir, wenn ich dir ein Angebot mache, was richtig, richtig günstig ist, fühlst du dich dann so committed, dass du da richtig ranklotzt, bist du dir bewusst, welches Geschenk du da empfangen hast. Da habe ich nämlich den Eindruck, bei mir persönlich war es früher auch so, also ich bin erst richtig ins Tun gekommen, als ich richtig angefangen habe, in mich und meine Coachings zu investieren. Erzähl mir doch mal, wie du das siehst, wie du es bei dir erlebt hast, denn ich überlege tatsächlich jetzt nur noch in absoluten Ausnahmefällen, was gratis zu machen. Ansonsten gratis kriegen bei mir die Menschen, die schon was gekauft haben, jede, jede Menge, weil ich gerne Mehrwert schaffen möchte. Da kann ich aber einschätzen, ob wir schon ein richtiges Team sind und ob das vorwärts geht. Und ja, ich hätte gerne mal deine Meinung dazu, da freue ich mich sehr drauf. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, deine Paragraphen, Silvia. Wenn du Fragen hast oder wenn du gleich ein Gespräch vereinbaren willst, dann mach das bitte einfach auf der Homepage über die Buttons, die sich da befinden. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Bleib gesund. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.